Hallo zusammen, mein Name ist Sokka Schmidt-Renn. Ich bin die Topscorerin vom TV Zoffingen. Die Topscorer in meiner Mannschaft bedeutet für mich, meine Lieblingsrucke Nummer 11 nicht mehr zu tragen. Das Ziel in der Finalrunde wird es schwierig. Da geht es noch um ein paar Punkte zu ergattern oder den Gegenspielern oder die Gegenteams noch Parole zu bieten. Und sonst haben wir sicher als Ziel im Final vor, in die Finale zu kommen. Gegen den LKZ gehen wir eigentlich als Outsider. Und ich denke, unsere Aufgabe wird sein, möglichst ein gutes Spiel zu abliefern. Ihnen das Ganze nicht so einfach zu machen, wie heute den St. Gallerinnen. Wir sehen uns! Die Mobiliar – Leading Partner von Handball Schweiz Heiz zyć K